So, jetzt bin ich ... alt. Wie fühlt es sich an, 80 zu sein? Unsere Reporterin testet das in einem Alterssimulationsanzug. Ganz schön heftig. Anstrengend, ne? Und los geht's. Was sagt der Geldzähltest über die Fähigkeiten von alten Menschen aus? 9,80 Euro. Wenn alte Menschen abbauen, liegt das oft an falschen Medikamenten. Was mit 40 hilft, kann mit 80 schaden. Doch wer behandelt Senioren altersgerecht? In Deutschland gibt es immer mehr alte Menschen. Aber werden sie alle bestmöglich versorgt? Das wollen wir herausfinden. Auf dem Weg nach Mecklenburg-Vorpommern, nach Ueckermünde, nahe der polnischen Grenze. Dort hat die Hausärztin Sabine Meinhold ein Zentrum für Altersmedizin in ihrer Praxis. Mit Schwester Kerstin Bernd bespricht sie einen Hausbesuch. Diese Medikamente bei, wo wir tatsächlich in dem hohen Lebensalter darüber reden können, ob wir sie absetzen. Ja. Nicht mit Gewalt, sondern dosiert und in Beobachtung mit der Patientin. Medikamente spielen eine große Rolle für das Wohlbefinden älterer Menschen. Schwester Kerstin ist Versorgungsassistentin, übernimmt Aufgaben, für die die Ärztin keine Zeit mehr hat. Unsere Reporterin Dörte Peetsch begleitet sie. Die Praxis geht neue Wege. Nur so können noch alle älteren Patienten behandelt werden. Das Ziel, Pflegebedürftigkeit vermeiden. Die Senioren sollen so lange wie möglich zu Hause wohnen. Heute bekommt Lieselotte Gärtnerbesuch. Die fast 80-Jährige hat angerufen. Sie fühlt sich nicht mehr sicher, ist gestört und aus dem Bett gefallen. Das kann an falschen Tabletten liegen. Die wartet schon? Genau. Warten die immer schon? Ja. Dann kommen wir mal rein. Na, was denn? Wenn ich euch reinlass. Auweia! Jawohl. Frau Gärtner, mich lassen Sie doch immer rein. Schwester Kerstin prüft die Medikamente und checkt, wie fit die alte Dame ist. Wo gehen wir rein? Ich wollte gerade Zeitung lesen und da kommt ihr an. Da kommt ihr angekleckert. Der Hund haben Sie auch noch da. Na, hier. Die Hunden sind viel angebe... Ich dachte, die wären echt, aber die blühen immer. Jetzt will ich einfach mal sehen, wie es ist mit dem Aufstehen. Sie stehen jetzt so auf und setzen sich mal bitte auf diesen Stuhl. Lassen Sie mich alleine aufstehen. Ja, okay. Ich muss das ja auch machen. Ja, genau. Eins, zwei. Aha. Okay, und nehmen Sie mal bitte auf diesen Stuhl Platz. Ich sehe schon, das ist die Kraft, ne? Die Kraft, die ein bisschen nachlässt. Jetzt will ich mal sehen, wie es ist, wenn Sie vom Stuhl hochsteigen. Na ja, da muss ich genauso. Ob es nun bloß an dieser Tiefe liegt, oder? Eins. Zwei. Jawohl. Drei. Drei. Bei drei ging es. Ja. Und Frau Gärtner, es ist zu sehen, dass Sie wenig Kraft haben in den Beinen. Und deshalb wäre es auch gut, wenn Sie hier mobilisiert wären. Das ist für Sie das Allerwichtigste, dass Sie hier in den Haushalt vernünftig gehen können. Ja. Darf ich mal meinen Ofen zumachen? Ja, natürlich. Kleinen Moment. Die 79-Jährige wohnt allein, zusammen mit ihren Katzen. Schwester Kerstin will jetzt herausfinden, warum sie die Kraft verlässt. Liegt es vielleicht an den Medikamenten? Gucken wir mal in Ihrer Schatzkiste hier. Viele Medikamente helfen nicht unbedingt viel. Oft kommt es zu Wechselwirkungen der Pillen untereinander. Die Folge können Schwindel und Gleichgewichtsstörungen sein. Eine Bestandsaufnahme ist wichtig. Und diese hier, die vertragen Sie gut? Mhm. Da haben Sie keine Probleme? Keine, nicht. Schwindel, gar nichts. Oder dass Sie müde sind? Gar nichts. Super. Oft findet Schwester Kerstin Pillen, die ein anderer Arzt verordnet hat, oder die sich die Patienten selber gekauft haben. Aber auch die spielen eine Rolle bei den Wechselwirkungen. Schmerzgel. Hier sehe ich ja noch was. Magnesium und Calcium haben Sie sich gekauft, ne? Ja, ja. So eine Trinktablette. Ja. Aber wir müssen das trotzdem mit aufnehmen. Und dann kann Frau Doktor gucken, ob das für Sie auch gut ist. Weil es so eine gute Sache ist. Aber es kann sein, dass manche Medikamente darauf irgendwie reagieren. Ob die Medikamente zueinander passen, wird die Ärztin in der Praxis überprüfen. Mehr haben Sie nicht? Nee. Doch, da hab ich noch fast Novamin. Nee, die können Sie mitnehmen. Wenn ich die nehme, kann der Krankenwagen daneben stehen. Da geht alles durcheinander. Dann seh ich alles doppelt und schwindelig und ich komm kaum hoch. Sie nimmt zu viele Pillen. Als Faustregel gilt, nicht mehr als fünf verschiedene. Sonst wird der Cocktail unberechenbar. Und Frau Doktor guckt ja, die hat schon so im Vorfeld mal geguckt, was wir eventuell vielleicht sogar reduzieren und absetzen könnten. Und deshalb, das werden wir auch kontrollieren, während Sie bei uns in der ambulanten Reha sind. In der ambulanten Reha soll Frau Gärtner lernen, mit weniger Tabletten auszukommen und ihre Muskeln zu trainieren. Denn wenn die alte Dame so weitermacht, kommt sie bald alleine nicht mehr zurecht. Wäre das für Sie mal eine Option, hier aus dem Haus zu gehen? Und mal woanders hinzuziehen? Nee. Ich geh hier nicht raus. Wenn Sie mich raustragen, dann muss ich ja raus. Schwester Kerstin weiß, trotz Hausbesuchen, Pflegedienst und Notrufknopf, ein Sturz kann ausreichen und die alte Dame müsste in ein Pflegeheim. Lieselotte Gärtner wohnt schon über 50 Jahre in diesem Haus. Früher, als ihr Vater noch lebte, hat sie sich hier um ihn gekümmert. Ihre Reha beginnt in drei Wochen. Danach muss sich zeigen, ob sie fit genug ist, um weiter alleine zu wohnen. Im Alter wird das Leben beschwerlich. Mehr Krankheiten, mehr Medikamente. Wie fühlt es sich überhaupt an, alt zu sein? Unsere Reporterin stößt auf einen Alterssimulationsanzug. In der Praxis von Thomas Hermans wird sie den Anzug testen. Er ist Hausarzt, Diabetologe und Geriater. Das heißt, er kümmert sich um ältere Menschen. Die meisten sind schon weit über 70. Ist aber schwer. Und das soll ich alles anziehen? Ja, klar. Wieso? Damit Sie mal sehen, wie beschwerlich es so im Alter ist. Aber wieso im Alter wird man noch nicht schwerer? Wenn es beschwerlich ist, weil sie eben viele Funktionseinschränkungen haben. Rund 20 Kilo muss Dörte jetzt umlegen. Die verschiedenen Gewichte simulieren die altersbedingten Einschränkungen. So. Ups. Oh. Das ist schwer. Das ist schwer, ne? Kraftverlust, Versteifung der Gelenke, Abnahme des Koordinationsvermögens. Unsere Reporterin ist jetzt um 30 Jahre gealtert. So, und jetzt bin ich? 80 plus. Alt. Alt, ja. Richtig. Und jetzt machen wir den Mobilitätstest und gucken, wie Sie das noch mit den Einschränkungen bewältigen. Nennt sich Time Up and Go. Dann schauen wir mal, wie das so klappt. Und auf die Plätze, fertig, los. Ein spezieller Test für alte Menschen. In elf Sekunden soll Dörte aufstehen, drei Meter gehen und sich wieder hinsetzen. Und wieder hinsetzen. Das war um Haaresbreite. Was? 10,92 Sekunden. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. 10,92 Sekunden. Ja, für Pissellige, drei Meter hin, drei Meter zurück. Ist so grenzwertig bis elf Sekunden, ist eigentlich noch normal von der Mobilität her. Hätten Sie mehr als elf Sekunden gehabt, würde man schon denken, Sie haben eine eingeschränkte Mobilität. Man müsste sich schon überlegen, woran liegt's. Ein weiterer Test. Wie sicher geht Dörte noch Treppen? Runter ist schwer. Ja, das drückt so runter. Da haben Sie ja nicht viel Beweglichkeit. Das ist so ... Oh! So, ich kann mich gar nicht richtig bücken. Ja, und jetzt haben Sie ja zwar die Einschränkung, aber Sie haben ja noch keine Schmerzen. Nee, die hab ich nicht. Ach so, ich hätte sonst Schmerzen? Sie hätten sonst Schmerzen, genau. Die kommen ja auch noch mal dazu. Klar, Sie kriegen natürlich auch Medikamente, sind wir ja bei dem Thema. Wenn Sie jetzt stärkere Medikamente nehmen, schränkt das wahrscheinlich auch Ihre Wahrnehmung ein. Das heißt, Sie hätten noch mehr Schwierigkeiten, hier die Treppe rauf und runter zu kommen. Geschweige denn jetzt freihändig. Eigentlich möchte man so nicht alt werden. Nein, aber so ist es ja auch ein bisschen simuliert. Weil so schnell auf einen Schlag altern, das ist ja nicht die Regel. Und dann nehme ich aber einen Fahrstuhl. Aber wieso können Tabletten älteren Patienten schaden? Eigentlich sollen sie doch helfen. Der Stoffwechsel verändert sich im Alter. Ein Medikament, das ein Patient immer genommen hat, verträgt er plötzlich nicht mehr. Man denkt immer, bei einem 80-Jährigen kannst du genauso die Medikamente reinschieben, wie bei einem 30-Jährigen. Das ist eben nicht der Fall. Denn der Körper verändert sich. Ein alter Patient, hier rot schraffiert, hat 35 Prozent mehr Körperfett im Vergleich zu dem jüngeren, schwarz gezeichneten Erwachsenen. Aber 17 Prozent weniger Wasser. Körperfett und Wasser spielen eine entscheidende Rolle, bei der Medikamentenaufnahme. Weil sich dadurch die Medikamente, die man normalerweise gut verträgt, sich insofern verändern, als dass sie eben anders aufgenommen werden und anders abgespeichert werden. Und das macht dann die Schwierigkeit, dass sie bestimmte Substanzen sich plötzlich im Körper ansammeln und sozusagen, wenn sie wollen, toxisch werden. Hinzu kommt, dass wichtige Organe im Alter schlechter durchblutet werden. So nimmt die Nierenfunktion ab. Die Tabletten werden langsamer abgebaut und ausgeschieden. Auch die Leber arbeitet mit zunehmendem Alter eingeschränkt. Die Wirkung von Tabletten ist damit schwerer einzuschätzen. Deshalb ist eben auch der Leitspruch, dass man im Alter irgendwie ganz niedrig dosiert mit Medikamenten anfängt und ganz vorsichtig einschleichend auch schaut, wie das so funktioniert und dann erst weitermacht. Der veränderte Stoffwechsel ist also verantwortlich dafür, dass manche Menschen ihre Tabletten im Alter nicht mehr so gut vertragen. Der Arzt erzählt von einer Dame, bei der er genau diese Veränderungen feststellen konnte. Am Ende setzt sie ein Medikament ab. Wir vereinbaren einen Termin mit der Patientin. Ellen Engelken ist 82 und lebt noch im eigenen Haus. Oben wohnt ihre Tochter, unten sie mit ihrem Mann. Früher hat das Ehepaar Zeitung ausgetragen. So konnten sie sich das Haus leisten. Die Engelkens sind beide chronisch krank und müssen Tabletten einnehmen. Und das sind meine. Jeder hat seine eigene Blechkiste voller Pillen. Ellen Engelken zeigt sie uns. Das ist, glaube ich ... Nee, das ist die Wassertablette. Sind doch ein bisschen mehr, ne? Nee, doch. Ist schon viel. Aber die muss ich ja nun haben. Eins, zwei, drei, vier ... Fünf, sechs ... Sieben. Also die habe ich gar nicht mitgezählt. Wie zählen Sie die mit? Aber die zählt ja. Das ist eine Vitamintablette. Für ihre Zuckerkrankheit muss Ellen Engelken Insulin spritzen. Doch zusätzlich hat sie auch noch Rheuma. Gegen die starken Schmerzen verschreibt ihr eine Fachärztin Kortison. Kortison vor allen Dingen. Nein, also da ... Die sind ... Am Anfang habe ich das gut empfunden. Aber nachher ging es mir schlecht danach. Dann nehme ich zu. Da steigt der Zucker unheimlich hoch. Und das ist auch nicht gut. Und man fühlt sich nicht gut. Da habe ich gesagt, ich setze das ab. Und die Schmerzen, die ich dann kriege, wenn die auch dick werden, dann kriege ich die Hand ja nicht krumm. Und so tun sie nur hier weh. Und dann geht das. Rheuma ist hier bei mir in den Händen schubweise. Und wenn ich Schmerzen habe, dann halte ich sie aus. Das geht ja auch wieder mal weg. Ihr Mann Willi Engelken hatte bereits mehrere Schlaganfälle und hat sich nie mehr richtig davon erholt. Jetzt lastet alles auf ihr. Sie ist die Hauptstütze. Obwohl ihre Tochter kocht und die Enkel putzen, bleibt noch genügend Arbeit. Das gemeinsame Leben würde in sich zusammenfallen, wenn Ellen Engelken mal nicht mehr kann. So hält sie ihre Schmerzen lieber aus. Das muss ich jetzt musen. Manchmal ist Ellen Engelken auch alles zu viel. Doch sie funktioniert. Für ihren Mann und sich. Christoph Reich, Christoph Reich. Jetzt tun wir noch beten. Gott sei Dank, Herr und Heiland, dass du mit deiner Gnade segne auch jetzt diese guten Gaben. Und böte uns und alle unser Lieben und sei uns allen gnädig. Amen. Amen. Guten Appetit. Die Tabletten für ihren Mann. Der ist richtig süchtig danach, meint Ellen Engelken. So soll es bei ihr nie werden. Im nächsten Jahr haben sie diamantene Hochzeit. 60 Jahre verheiratet. Ellen Engelken hat einen Termin bei Dr. Hermans. Er will ihre Medikamente überprüfen. In letzter Zeit fühlt sie sich nicht so gut. Auto fährt sie nicht mehr. Jetzt begleitet ihre Tochter sie in die Praxis. Die macht sich Gedanken um ihre Eltern. Sie weiß, dass ihre Mutter sogar Schmerzen verschweigt. Nur, damit sie keine weiteren Tabletten nehmen muss. Ihr Hausarzt nimmt sich Zeit. Es ist oft nicht so leicht herauszufinden, warum es älteren Patienten schlechter geht. Grüße Sie. Hallo. Letzt, dass Sie gekommen sind. So, wie geht's Ihnen? So weit geht's eigentlich ganz gut. Sie sind fit wie ein Turnschuh? Ich würde sagen, ja. Würden Sie aufgrund dessen mal die Medikamente überprüfen? Ja, können wir gerne mal machen, klar. Kein Thema. Man weiß ja, dass im Alter der Stoffwechsel in sich verändert. Dementsprechend wirken dann teilweise die Medikamente auch ein bisschen anders. Weil bestimmte Medikamente einfach viel stärker wirken, als das vor zehn oder vor zwanzig Jahren, also als sie jünger waren, gewesen ist. Da muss man dann schon ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Als Erstes ein Überblick über alle Pillen. Das Harnsäuresenker, bin ich nicht unbedingt so ein Freund von, das unbedingt weiterzunehmen. Es sei denn, Sie würden mir sagen, ich hab dauernd Gelenkbeschwerden an den großen Zähnen oder so, dann könnte man damit weitermachen. Ansonsten muss man sich, wenn man jetzt mal überlegt, Mensch, die nehmen schon so viele Tabletten, ob man das nicht immer reduziert. Brauch ich die doch gar nicht. Genau. Ich würd schon sagen, dann entscheiden wir heute einfach mal, dass Sie sie weglassen. Dieses Medikament hat Nebenwirkungen, dann ist es sicherlich besser, Sie haben eins von einem Medikament weniger, was Sie nehmen müssen. Ja. Seit 2016 hat jeder sogar Anspruch auf einen Medikationsplan. Also streben wir mal schön gestrichen. Den Plan kriegen Sie noch mal mit, damit Sie das zu Hause auch noch mal nachvollziehen können. Auf dem Plan notiert der Arzt alle Medikamente, die ein Patient einnimmt. Den abgesetzten Harnsäuresenker vermerkt er sofort. Der Plan bleibt aktuell. Doch es geht nicht nur um Neben- und Wechselwirkungen der Pillen. Es gibt Wirkstoffe, die der ältere Mensch besser oder schlechter verträgt. Der Geriater erklärt das mit Hilfe der sogenannten Vorterliste. Bei der Vorterliste wird explizit gesagt, wenn du eine Herzschwäche hast, kannst du die und die Medikamente nehmen. Die sind in Studien gut getestet worden. Die haben die Note A bekommen, die kann man gut einsetzen. Es gibt aber auch Medikamente mit der Note B, C oder D. Bei C und D muss man sich schon gut überlegen, ob man diese Medikamente wirklich nimmt. Das heißt, ich weiß jetzt, mit welchen Medikamenten kann ich hantieren und welche sind vielleicht nicht so gut, die ich dann einfach weglassen kann. Ellen Engelkünds Tabletten sind in Ordnung. Und los geht's. Jetzt will der Geriater wissen, ob die Medikamente ihre Sinne und ihre Koordination beeinflussen. Der Geldzähltest für Diabetiker. In 45 Sekunden soll die 82-Jährige 9,80 Euro zusammenzählen. Schafft sie das, ist anzunehmen, dass sie noch selbstständig ihr Insulin berechnen und spritzen kann. Zwei, drei, vier, fünfzig, siebzig, achtzig. Vier Euro achtzig, nee, neun Euro achtzig. Ja, perfekt. Die fünf muss ich ja auch mitrechnen. Ja. Waren jetzt 53 Sekunden. Ich glaube, bei den 53 Sekunden hat es nicht daran gelegen, dass sie nicht hell genug im Kopf sind, sondern weil es für sie schwierig ist, den Mister aus dem Portemonnaie rauszuholen. Das ist dann schon fast so fizzlig für sie, ne? Ja. Der Schein ging noch, denk ich mal, ne? Der Schein ging gut. Aber das blöde Kleingeld, ne? Ja. Nun soll Ellen Engelken ihre Fähigkeiten selbst einschätzen. So kann der Arzt am Ende besser beurteilen, ob sie Unterstützung im Alltag braucht. Der Test mit dem Handdynamometer zeigt an, wie viel Kraft sie noch hat. Ein Gradmesser für ihre Muskulatur. Schlägt er nicht genügend aus, ist sie sturzgefährdet. Mit Schmackes. Perfekt. Sehr schön, jetzt gucken wir noch mal. Jetzt gucken wir, wie viel sie haben. Der Mittelwert ist 35, ist sicherlich für Alter ein bisschen zu wenig. Ellen Engelken muss unbedingt etwas für ihren Muskelaufbau tun. Geriater arbeiten immer in Teams. Der Doktor verordnet Krankengymnastik. Um die unterschiedlichen Ergebnisse herauszufinden, braucht er viel Zeit. Aber die hat ein Hausarzt kaum. Schönes Wochenende, alles Gute, ne? Ja, ebenso. Ich kann's deshalb besser, weil ich das Know-how habe, glaube ich. Aber auch, weil ich mir mehr Zeit nehmen würde, die der Hausarzt nicht hat. Also der Zeitfaktor spielt eine große Rolle. Und das Wissen und die Zusammenhänge und den Patienten. Gut, das hört sich immer heroisch an, ganzheitlich zu sehen. Das wird sicher auch ein Hausarzt von sich behaupten. Aber einfach in vielen anderen Facetten zu sehen, was eben der Hausarzt vielleicht in dem Moment nicht kann, weil er einfach, wie gesagt, noch mal eben die Zeit nicht dazu hat. Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Doch es gibt nur wenige niedergelassene Geriater in Deutschland. Die meisten arbeiten in Kliniken. Die Versorgung alter Menschen ist in jedem Bundesland anders organisiert. Und es gibt Unterschiede zwischen Land und Stadt. Wir fahren nach Hamburg, besuchen das Albertinenhaus. Eine geriatrische Klinik, die zu den größten in Norddeutschland gehört. Hier werden auch Studenten in der Medizin des Alterns ausgebildet. Wolfgang von Renteln Kruse ist Geriater aus Leidenschaft. Der ganzheitliche Ansatz fasziniert ihn. Er beschäftigt sich schon lange damit, wie Menschen altern. Muss ich Angst haben, älter zu werden? Nein. Warum sollte man Angst haben, älter zu werden? Weil es nachher ganz viele alte Leute gibt, aber zu wenig Ärzte oder Geriater. Aber der Löwenanteil der älter werdenden Menschen kommt doch relativ gesund ins hohe Alter. Also nicht jeder ältere und auch nicht jeder hochalterige Patient braucht eine geriatrische Behandlung. Also wir brauchen sicher mehr Geriater. Ganz sicher ist das so, als wir bis jetzt in der Bundesrepublik haben. Das ist ja immer noch ... Na, wenn man so ... Wie soll ich das sagen? Das ist ja immer noch relativ exklusiv. Es gibt noch nicht so viele Geriater. Das hat ja viel mit dem Altersbild zu tun, was wir in unserer Gesellschaft eigentlich haben. Mit geriatrischen Patienten wird verbunden, die sind alle dement, die gehen alle ins Pflegeheim oder die kommen alle ins Pflegeheim. Da ist kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Was soll ich denn da noch behandeln? Dass das hochspannend ist, weil das so vielseitig ist. Weil diese Menschen gerade nicht nur eine Erkrankung haben, sondern sehr viele Erkrankungen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Und davor schrecken auch manche zurück. Hier gibt es ein eigenes Forschungslabor, um neue Ansätze in der Versorgung alter Menschen zu entwickeln. Heute untersuchen sie Käthe Petersen. Die 75-Jährige hat Probleme beim Sport. Woran liegt das? Es geht also um die Balance. Wer Gleichgewichtsprobleme hat, kann leichter stürzen. Das muss verhindert werden. Als Nächstes möchte ich Sie in diesen Tandem-Stand bitten. Medikamente können Gleichgewichtsprobleme verstärken. Ein falscher Tablettenmix ist oftmals mit ein Grund für schwere Stürze, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Dann möchte ich Sie bitten, gerade über den Teppich zu gehen und ruhig so ein Stückchen weiter über den Teppich, so ein, zwei Meter. Sie sollen sich nicht beeilen, aber auch nicht trödeln. Und los! Der druckempfindliche Teppich misst, wie sicher Käthe Petersen geht. Fehlhaltungen sind mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Jeder Schritt wird aufgezeichnet. Schrittfolge, Fußdruck und Gehtempo sagen etwas über Ihre Gangsicherheit aus. Jetzt möchte ich Sie als Nächstes bitten, dass Sie wieder in Ihrer normalen Gehgeschwindigkeit über den Teppich gehen. Dieses Mal wird es ein wenig schwieriger, weil Sie dabei von 50 an rückwärts zählen sollen. Und los! 50, 49, 48, 47, 46. Ist das denn schwieriger mit dem Zählen? Ja, es war schwieriger. Ich musste mich konzentrieren. War das schwieriger, das Gehen dann? Nee, die Zahlen im Kopf zu haben. Es zeigt sich, dass Ihre Schrittfolge mit der Zusatzaufgabe viel gleichmäßiger verläuft. Die Rhythmizität ist doch gut. Ja, die Rhythmizität ist gut. Die haben noch einen kleinen Schlenker gemacht. Ja, einen Ausfallschritt. Ja, einen kleinen Ausfallschritt gemacht. Es stützt die Annahme, dass Sie ein kleines Problem haben mit dem Gleichgewicht. Das ist nicht dramatisch, aber die Balance ist etwas, dafür könnten Sie was tun. Sie haben genügend Kraft, die Gehgeschwindigkeit ist supergut und das ist nicht schlecht. Für den Mediziner ist klar, man kann auch im hohen Alter selbstbestimmt leben, wenn das Zusammenspiel der Medikamente stimmt und die Gesundheit frühzeitig und gezielt trainiert wird. Zurück nach Ueckermünde. Schon frühmorgens ist der Fahrer unterwegs, um die Patienten zur ambulanten Reha abzuholen. Nachmittags bringt er sie wieder zurück. Der große Vorteil, das Gelernte kann gleich zu Hause trainiert werden. Fast zwei Wochen ist Lieselotte Gärtner nun schon dabei. Erste Erfolge. Jetzt geht's los, ja? Gehen Sie schon besser? Ja. Aber ich trau mich hier nicht. Hier ist glatt. Aber ... Was? Doch nicht nur das Gehen hat sich verbessert. Die 79-Jährige kommt mal raus und muss morgens pünktlich fertig sein. Allein das trainiert und motiviert. Ist das jetzt gut, da jeden Morgen hinzufahren? Ja. Wir machen eine schöne Autopathie schon am frühen Morgen. Ich sag ja immer, wenn wir da sind, er soll noch mal eine Runde mit uns drehen. Aber macht er nicht. Hier soll es nicht liegen. Eine ambulante Reha in einer Hausarztpraxis gibt es nur zweimal in Mecklenburg-Vorpommern. Und ist selten in Deutschland. Der große Vorteil, Lieselotte Gärtner wird schon lange in dieser Praxis behandelt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr braucht gar nicht so freundlich sein. Die Schwestern und die Ärztin wissen, worauf sie bei ihr achten müssen. Und sie vertraut dem Team. Guten Morgen. Die ersten Tage musste die alte Dame mit dem Fahrstuhl fahren. Jetzt läuft sie die Treppe schon alleine hoch. Ein großer Teil während der Reha ist der tägliche Sport. Wieder so, wie er kann. Gezielt wird auf Lieselotte Gärtners Schwierigkeiten eingegangen. Geht schon wieder los. Pause. Im Fuß oder am Rücken? Nee, in der Hüfte. Dann haben sie es einfach geschafft. Doch Bewegung ist das A und O. Muskeln bauen sich schnell wieder ab. Sie muss weiter trainieren. Sonst sind ihr Therapieerfolg und ihre Selbstständigkeit in Gefahr. Übungen zum Gleichgewicht. Das ist wichtig, damit sie weiter zu Hause allein leben kann. Das ist schon schwer. Stehen. Ist es eigentlich gut, dass Sie so gefordert werden? Mhm. Warum? Ich merke ja auch den Erfolg. Vor dem, ich konnte ja gar nicht mehr laufen. Das war ja schon furchtbar. Das war schon kriminell. Die 79-Jährige wird rundum fit gemacht. Dazu gehören nicht nur Gleichgewicht, Ausdauer und Kraft, sondern auch die richtigen Schuhe. So, und jetzt? Das sind Elefantentreter, wa? Das sind nun keine Pürs. Nee, braucht ihr auch nicht. Aber Hauptsache ... Aber die sehen uns schon. Ich denke, das ist das Wichtigste. Stehen Sie mal auf, versuchen Sie mal. Guck, komisch ist das. Schwester Kerstin unterstützt. Schön, ne? Nicht, dass ihr eifersüchtig werdet aus meinen Schuhen. Na klar, der Junge, man kommt hinterher. Ich werde ein paar bestellen. Jetzt muss Lieselotte Gärtner zu einem wichtigen Gespräch mit ihrer Ärztin. Es geht um ihre Medikamente. In den zwei Wochen ihrer ambulanten Reha hatte Sabine Meinholdt genügend Zeit, sie genau zu beobachten. Nun geht es darum, ob ein Teil der Medikamente sogar abgesetzt werden kann. So. Na mit? Ja. Ich bin mit Ihnen unglaublich zufrieden. Ja? Ja. Wir haben in den Laborbewerten festgestellt, dass sie bestimmte Tabletten gar nicht benötigen. Und der Körper möchte eigentlich so wenig wie möglich Tabletten haben. Sodass wir jetzt die Zuckertablette weglassen und die Gichttablette weglassen. Und dann beobachten wir das. Ja. Wir nehmen beim nächsten Mal wieder Blut ab und schauen, ob ihr Körper ohne zurechtkommt. Ja. Und jetzt habe ich noch die Frage, Sie haben sich Calcium- und Magnesium-Tabletten gekauft. Na Calcium, das ist alles in eins. In den Blutwerten, die wir gemacht haben, ist der Calcium-Wert alles komplett normal. Wir brauchen die gar nicht. Nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Sorten Tabletten. Und drei sind jetzt weg. Ja. Dann haben wir nur noch sieben. Ja. Und das finde ich schon großer Erfolg. Wünschenswert wären maximal fünf Medikamente. Doch das geht nicht alles auf einmal. Die Prozesse im Körper sind zu kompliziert. Zurück nach Hamburg, ins Albertinen-Krankenhaus. Visite auf der Unfallchirurgie. Auch Professor von Renteln Kruse ist als Geriater mit dabei. Was ist schon aus dem Bett? Ja. In Begleitung geht das gut. Ja, wunderbar. Wir können ja gleich noch machen. Er kann sofort die Patienten herausfischen, die möglichst schnell auf die geriatrische Abteilung verlegt werden sollen. Chefärztin Marietta Jansen beginnt die Visite. Morgen. Morgen. Frau Küster. Haben Sie gut geschlafen? Ja, es ging. Ja? Einigermaßen. Und was macht jetzt die Mobilisierung? Meistens macht man Beckenbruch. Schwierigkeiten. Also Schmerzen habe ich eigentlich nicht im Arm. Das ist schön. Und die Hand können Sie gut bewegen, die Finger spreizen. Ja. Eine Faust machen. Auch gut. Sehr schön. Das geht alles in Ordnung. Nur mein Beckenbruch. Ja. Das macht mir Sorgen, dass ich auch wieder laufen kann. Müssen Sie zu Hause Treppen gehen? Nein. Nee. Sie wohnen ebenerdig? Ja. Auch nicht hochpratern? Nein, nein. Und mein Mann ist zu Hause auch. Ja. Also Sie sind nicht alleine? Nein, ich bin nicht alleine. Gut. Das wird ein bisschen dauern. Ja. Anfang nächster Woche kommen Sie dann in unsere Klinik. Dann können Sie besser laufen können. Dann wird es eine schmerzadaptierte Physiotherapie, also Bewegungstherapie geben, dass Sie nach Hause entlassen werden können. Das ist das Ziel. Ja. Das kriegen wir hin. Nur 3,3 Prozent aller Klinikbetten in Deutschland sind geriatrische Betten. Und in vielen Häusern gibt es gar keine Geriatrie. Darf ich unter die Bettdecke gucken? Wenn es nicht ausreicht, dann sagen Sie besser. Und dass Altersmediziner zusammen mit Unfallchirurgen Visite machen, ist auch nicht üblich. Wäre aber sinnvoll. Das ist ja der Grund, warum diese beiden Disziplinen zusammenarbeiten. Dass man von Beginn an direkt vom Eintritt in ein Krankenhaus sofort, dass beide Disziplinen auf den Patienten gucken. Das hat viele Vorteile. Das hat unter anderem natürlich auch Vorteile, dass keine wertvolle Zeit vergeht. Das beugt Komplikationen vor. Und umso besser werden die Ergebnisse. Und darum geht es. Wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass viele Patienten nach so einem Sturz über 50 Prozent nach so einer Verletzung leider nicht mehr in die Häuslichkeit zurück können, sondern in ein Pflegeheim verlegt werden. Das wollen wir natürlich verbessern, dass die Patienten wieder ihre Selbstständigkeit erreichen und zu Hause zurechtkommen. Vielleicht mit Unterstützung durch den Pflegedienst, aber doch in die gewohnte Umgebung zurückkommen, wo sie sich wohlfühlen. Nur langsam setzt sich die Geriatrie durch. Der Facharzt dafür wird erst in drei Bundesländern angeboten. In den übrigen tut es eine Fortbildung. Man ist sich oft uneinig. Wer soll wo von wem behandelt werden? Wir fahren nach England. Das britische Gesundheitssystem steht zwar in der Kritik, aber der Facharzt für Geriatrie ist fest verankert. In der Nähe von Manchester, in Huddersfield, treffen wir die deutsche Ärztin Gudrun Sebas. Vor 22 Jahren kam sie nach England und machte ihre fünfjährige Facharztausbildung in Geriatrie. Und kein weißer Kittel? Kein weißer Kittel nicht. Warum nicht? Gibt's ja nicht. Nein. Weiße Kittel gelten hier als unhygienisch. Eine Nachricht auf dem Handy. Die Geriaterin muss sofort in die Notaufnahme. Zusammen mit speziell ausgebildeten geriatrischen Krankenschwestern ist sie von Anfang an involviert und weiß, worauf sie bei älteren Patienten achten muss. Ein Beckenbruch? Oder ist doch noch mehr passiert? Die alte Dame ist gestürzt und hat starke Schmerzen. Jetzt gilt es herauszufinden, warum sie gestürzt ist. Wenn Medikamente eine Rolle gespielt haben, muss sie da ansitzen. In jedem englischen Krankenhaus gibt es nicht nur einen Geriater, sondern ein großes Team von Geriatrie-Fachärzten. In diesem Krankenhaus sind wir acht fertig ausgebildete Fachärzte. Von denen bin ich eine. Wir haben einen großen Bereich an Aufgaben. Dazu gehört die akute Notaufnahme, dazu gehört die Akutgeriatrie, in der wir uns hier befinden. Dazu gehört die Schenkelhalsfrakturbehandlung und Traumatologie, wo wir auch von Anfang an involviert sein müssen. Hallo, good morning. It's good when Seabas. Dr. Seabas again, hello, good morning. Diese Patientin wurde direkt von der Notaufnahme auf die Station der Geriaterin verlegt. Man hat auch festgestellt, dass es eine große Verbesserung für die Patienten gebracht hat, dass wir von Anfang an involviert sind und gucken, warum der Sturz passiert ist. Der Unterschied zu Deutschland fällt auf. Geriatrie ist hier nicht nur in jeder Klinik zu finden, sondern auch im ambulanten Bereich weit verbreitet. Die Geriaterin besucht auch Reha- und Pflegeeinrichtungen. Dort arbeitet sie mit Hausärzten zusammen, die sie um Rat bitten. Das gibt es in Deutschland so nicht. Hello. Nice to see you again. Gudrun Seabas kennt Lilian Wood schon aus dem Krankenhaus. Und sie kennt auch ihre Krankengeschichte. Sie zittern ein bisschen. Ich prüfe jetzt mal ihre Tabletten. Die 87-Jährige muss unbedingt üben, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Sonst wird sie noch schwächer. Einmal die Woche kommt die Ärztin in die Sereha-Einrichtung. Die Kontinuität in der Behandlung ist so gegeben. Nächsten Mittwoch bin ich wieder hier. Dann besuche ich sie noch mal. Ich bin froh, dass sie da waren, Doktor. Thank you very much. Auch wenn überall im englischen Gesundheitssystem gespart wird, die Geriater bleiben. Die Alterspyramide ist lange bekannt. Doch was wird in Berlin unternommen, damit unsere alternde Gesellschaft gut versorgt ist? Bislang werden einige Leuchtturmprojekte in der Geriatrie gefördert. Doch dass es den Altersmediziner flächendeckend gibt, davon kann keine Rede sein. Verbesserungen wurden vor allem im Bereich der Pflege auf den Weg gebracht. Aber kaum in der Altersmedizin. Wir treffen Thomas Hermans wieder, den Hausarzt aus Wesel. Über 20 Jahre schon kämpft er für eine gute ambulante Versorgung von geriatrischen Patienten. Da muss man dicke Bretter bohren. Es gibt zu viele Beteiligte, erzählt er. Heute hat er einen Termin im Gesundheitsausschuss. Edgar Franke, der ehemalige Vorsitzende, will ihm zumindest zuhören. Ich würde mir für die Zukunft ein bewusstes Wahrnehmen der Geriata nehmen. Dass man erst mal weiß, da gibt's welche und die machen auch Sinn. Dass man flächendeckend versucht, vielleicht Geriatrie zu etablieren. Auch durchaus definiert, wie das zu machen ist. Damit eben auch die Versorgung der alten Menschen verbessert wird. Ich glaube, da fehlt uns ein Stück noch. Die kann einfach ein Hausarzt nicht leisten, weil der einfach die Zeit nicht hat. Sie haben Recht. Man muss sozusagen noch komplexer denken und muss versehen, was kann ich verbessern. Das ist ja der Job letztlich von einem Politiker, Reformen zu machen. Reformen sind Verbesserungen für die Menschen. Und die Entwicklung wird jetzt, wird es sein, dass wir in den zukünftigen Jahren oder vielleicht in den kleineren Zeiträumen, dass wir der Geriatrie viel mehr auf Ermerksamkeit zukommen lassen. Warum ist denn das bisher noch nicht geschehen? Ja gut, aber ich will's noch mal wiederholen. Ich meine, Ihre Frage ist natürlich berechtigt. Man schaut immer erst, wenn das Problem da ist. Und man müsste eigentlich schauen, zehn Jahre vorher, wie die Alterspyramide ist, wenn Sie so wollen. Am Ende geht es ums Geld. Die Diagnose bei älteren Patienten ist zeitaufwendig, wird aber nicht gut bezahlt. Ein ambulanter Altersmediziner kann allein davon nicht leben. Wir müssen die sprechende Medizin, die Vorbeugemedizin, die müssen wir stärken. Und das ist vollkommen richtig, was Sie sagen, dass der Arzt, der im Grunde genommen versucht, Vorbeugemedizin zu praktizieren, die sich Zeit nimmt für den Patienten, dass der sozusagen viel weniger Geld bekommt als derjenige, der was verschreibt. Ein Gespräch mehr und jede Menge schöne Worte. Thomas Hermanns muss viele Funktionäre überzeugen. Er weiß aber auch, am Ende wird sich nur etwas in der Geriatrie verändern, wenn Berlin mitspielt. Zurück in Wesel. Schwester Anna vom Diakonischen Pflegedienst besucht das Ehepaar Engelken. Guten Abend. Ohne diese Hilfe geht es nicht mehr. Hallo, Frau Engelken. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's Ihnen? Gut. Alles gut soweit? Ja. Hallo, Herr Engelken. Schön, Sie wieder zu sehen. So, ich darf heute Abend einmal Ihre Tabletten stellen. Ja? Ihr Hausarzt hat Ellen Engelken geraten, dass der Pflegedienst ihre Tabletten einteilt. Das entlastet die alte Dame und ist sicherer. Außerdem hat Schwester Anna so einen guten Überblick, ob sie ihre Tabletten regelmäßig nimmt oder auch mal vergisst. Doch das ist nicht alles. Da ist immer Zeit für einen Quetschhähne auf jeden Fall. Und das finde ich ist auch das, was einen ja auch auf lange Sicht so ein bisschen gesund hält. Vielleicht, ne? Das muss ja auch sein. So ein nettes Wort wechseln, da muss mal sein. Das muss ja sein. Richtig. Oder wenn ich mal schimpfe auch. Ja, auch. Ne? Dann nehmen wir es locker und leicht und dann ist das auch in Ordnung. Aber wir kommen immer wieder auf einen Nenner, ne? Ein paar Tage später fährt Dr. Hermans zum Hausbesuch bei den Engelkens. Eigentlich hat er dafür gar keine Zeit mehr. Denn er muss immer mehr ältere Patienten versorgen, deren Behandlung meist länger dauert. Trotzdem will er keine Drei-Minuten-Medizin machen. Ellen Engelken hat in der Praxis angerufen. Sie fühlt sich seit der letzten Nacht nicht so wohl. Liegt das vielleicht an den abgesetzten Tabletten? So, dann gucken wir noch mal, was denn der Kreislauf bei Ihnen so sagt, wenn Sie sich heute nicht so wohl gefühlt haben. Kein Schreckregen, das ist ein bisschen kalt, weil das ist von draußen. Ist noch ein bisschen frisch. Da schlägt er jetzt aus, zack. Geht da runter, man hört immer noch ein Geräusch. Bei 75 hört er auf. Also 125 zu 75. Gut dann. Zumindest kann ich Sie da ein bisschen beruhigen. Da ist jetzt, wie gesagt, nichts Schlingendes. Sie haben ja schon eine gute Erklärung dafür. War einfach jetzt mal eine schlechte Nacht gewesen. Hoffen wir mal, dass die nächste einfach besser wird. Wer weiß, wenn ich hier alt hätte, würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr schlafen. Ich bin noch nicht alt. Mein Mann sagt immer, ich bin nicht alt. Ab wann ist man alt? Ja, ab wann ist man alt? Ja ... Wenn man sich alt fühlt. Also Sie fühlen sich noch nicht alt? Nö, gut. Noch mal kurz zurück zum Medikamentenplan. Haben Sie da irgendwas jetzt vermisst? Nö. Nö. Hat sich das ja gelohnt, ne? Ja, eigentlich ja. Warum sollte man das nehmen, wenn man's dann nicht braucht? Ja, korrekt. Um Medikamente abzusetzen, braucht ein Arzt Erfahrung und Mut. Und die hat Thomas Hermanns. Für ihn zählt, je weniger Medikamente, umso besser. So bleibt Ellen Engelken hoffentlich fit und so lange wie möglich zu Hause. Es ist Herbst geworden. Wir sind auf dem Weg nach Ueckermünde. Die ambulante Reha ist vorbei. Schwester Kerstin schaut, wie Lieselotte Gärtner jetzt zu Hause klarkommt. Hallo, Frau Gärtner. Na, komm ich da so spät. Mann, super. Frau Gärtner, wo sind denn die unter dem Wegstützen? Hab ich nicht jetzt. Wieder Kontrolle der Medikamente. Wichtig ist, dass die alte Dame genügend Tabletten hat. Denn sie kommt allein weder zur Ärztin noch zur Apotheke. Dann will Kerstin Bernd wissen, ob ihr Körper die Umstellung der Tabletten verträgt oder ob sie Nebenwirkungen oder Schmerzen hat. Das geht. Wenn's nicht ist, hat sie ja gesagt, soll ich wiederkommen. Frau Meinhold. Ja. So, gib mal einen kleinen Pik. Na, was denn? Nachdem die Ärztin die Zuckertablette während der Reha abgesetzt hat, ist es wichtig, den Zuckerwert zu prüfen. Jetzt war ihr Zucker 9,0. Was haben Sie denn Feines gegessen zum Frühstück? Pizza, was ich sonst nie mache. Pizza zum Frühstück? Ja. So eine Pizzastulle. Schnitte. Tiefgefroren da? Ja. Dann haben Sie sich morgens erst noch den Herd angemacht? Na klar. Der Wert ist zu hoch. Aber die Langzeitmessung wird zeigen, ob die Tablettenumstellung geglückt ist. Geht los. Für diesen Test hat unsere Reporterin im Altersimulationsanzug 10,9 Sekunden gebraucht. Und wieder hinsetzen. Und Lieselotte Gärtner? Super. Prima. Na. Neun Sekunden. Ja. Also. Ich bin ganz von den Socken. Na. Also prima. Ganz super. Muss ich sagen. Also daran können wir sehen. Das gehen. Kurze Strecken. Wunderbar. Ja. So und jetzt versuchen Sie mal hochzukommen. Eins. Jawohl. Super. Und nochmal. Und zwei. Super. Und nochmal. Drei. Prima. Wissen Sie, wie toll das ist? Ich krieg gleich Gänsehaut. Was das für ein Erfolg ist, das merken Sie doch selbst auch. Ist das nicht schön? Ich wunder mich selber, dass das so geht. Also muss ich sagen. Ich würd die Reha auch gleich nochmal machen, aber das geht ja nicht. Die Erfahrungen zeigen, dass die Verbesserungen durch die Reha nur der Anfang sind. Jetzt heißt es dranbleiben. Ich komm in drei Wochen wieder, ich melde dich. Jawohl. Ist gut. Und dann gucken wir mal, wie es Ihnen so weitergeht. Jedenfalls bin ich sehr zufrieden. Naja. Lieselotte Gärtner ist wieder fit. Gemeinsam mit dem Praxisteam hat sie es geschafft. Fürs Erste kann sie zu Hause wohnen bleiben. Wenn es ihr wieder schlechter geht, will sie die ambulante Reha auf jeden Fall nochmal machen. Und wer weiß, vielleicht nimmt sie bis dahin noch weniger Tabletten.